Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen wieder in den heutigen Item Shop Rau. Jetzt ist in Mamas altmojaganischer Tulle der Mythic Stan. Aber Stan, wissen wir ja, ist eine Farmable. Insofern bin ich jetzt nicht so ganz begeistert. Da war der Seidberg davor, war das Seidberg? Ich glaube, davor war es Seidberg. Doch deutlich besser. Hier geht's los jetzt mit der Lord Griffin Tire Box. Unten in der Videobeschreibung könnt ihr dann einfach draufklicken. Wenn es euch interessiert, habe ich ein separates Video dazu gemacht. Da wird alles genau erklärt. Die Combo Masteries schauen wir uns an und was es alles zu holen gibt. Also Lord Griffin, Zack St. Münzen, Peter, Daughtery, Chateau, Dinner Datefront, Lois Griffin und Dream Millionaire. Und diese ganzen Gegenstände hier sind Bestandteil dieser Box. Dann haben wir die McTire Box. Auch dazu zum McClash und der McTire Box jeweils Videos. Unten in der Videobeschreibung drin. Wenn es euch interessiert, könnt ihr da reinschauen. Max in Charge, Tom Landry's Baseball Team, Himalayan Observatory, McGriffin, Cuddles Chinchilla, Dick Wayne, Playlist Mac und diese ganzen Combo Masteries hier. So, dann haben wir das Mythic Tina Pack am Start mit Cognac Bender, Bier Festival, Bier Tasting, Francine Smith und Eierflip Roger sowie Tropical Drinks. Und die Baseball Applesauce Box mit Baseball, Chris Softball Spieler, Jerome Todesball, Sportsbot, Philipp J. Fry und Chris Griffin. Dann sind wir eigentlich auch schon in der heutigen Combo Mastery angelangt. Und, oder? War hier sonst noch was? Nein. Heutige Combo Mastery. Schauen wir mal hier rein. Da haben wir gleich am Anfang hier den Doghouse Bobby. Der Doghouse Bobby ist natürlich eine ziemlich interessante Combo. Müssen wir uns jetzt gleich mal reinziehen, das Ding hier. Und zwar, das so nicht, so sollte das jetzt nicht aussehen. Da haben wir den Doghouse Bobby. Ja. Da haben wir hier Gas und wir haben Revanche. Und wir haben auch Heilen. Und das Ding, das ist schon mega aggressiv, sage ich mal. Alleine hier schon durch die Gasattacke. Wenn wir das Ganze hier mal maxen, dann sehen wir, hier haben wir schon 24-fach Gas und 17-fach Revanche. Achso, hier oben, sorry. Bei New Brine. Dann haben wir noch Cuddles. Dann haben wir Goggles Cat. Bugs Stud Spirit. Mr. Business. Queen of Cats Terrors. Cat Licking. Irak Lobster. Sacrificial Robot Goat. Bandit. Und Josh. Ja. Und da muss man sagen, da hat die gegnerische Karte echt ein arges Problem. Ja, weil die Gasattacke, wenn da jetzt nicht irgendwas mit Bodyguard oder sowas ist, ja, dann haut die Gasattacke da übelst rein. Und dann kommt noch die Revanche mit hinzu. Das heißt also, die Karte gegenüber braucht verdammt viel Schutz, um das zu überstehen. Und ja, hier sehen wir natürlich, beim Mythic Bobby kommen noch übelste Werte bei raus. Das ist schon krass. Und hier bei solchen Werten, da lohnen sich natürlich zehn Prozent gewaltig. Also, die Leute, die Bobby am Start haben, können. Und zu viele Gems. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Können sich jetzt überlegen, ob sie da mal was reinpayen. Weil die Kombo, da macht sich das auf jeden Fall bemerkbar. Dann sind wir hier jetzt beim Drunk Bullock angelangt. Und auch den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das ist ein Bullock. Wer hätte das gedacht? Mit einer Drunkkarte. Mit Alamo Bier. Mit Powtucket Patriot Ale. Midabsint. Personalized Beer. Marc. Kleins Bier. Sloughback. Ja. Und auf der rechten Seite haben wir dann hier eben eine Mauer. Wir haben eine Bombe. Und wir haben den Blutsauger. Wir haben effektive Karte, sage ich mal. Solange es jetzt momentan noch den Drunk BGE gibt, haben wir dann noch hier vom Angriffswert Blutsauger und Gas mit hinzu. Das bedeutet, wir hätten hier jetzt noch Elffach Gas und wir hätten 33 Blutsauger. Das heißt, momentan ist der Drunk Bullock echt ein Monster, sage ich mal. Aber nur solange es jetzt hier diesen Drunk BGE gibt. Danach ist er immer noch mega stark durch die Mauer und den Blutsauger. Ist es schwer klein zu bekommen und verteilt natürlich ordentlich Schaden nach rechts und links durch die Bombe. So. Auch hier 500 Gems. Muss man sich halt überlegen. Wer den hat, lohnt sich natürlich nur, wer den Mythic Bullock am Start hat. Dann aber die Party Crushers. Und das ist natürlich jetzt wieder mal eine Kombo. Hm. Das ist eine Tina. Tina mag ich ziemlich gerne. Aber hier mit Propane, mit Burger Balls, mit Moms, Homestyle X, Cube 360 und dem Gamer ist das natürlich nicht gerade toll, was da auf der rechten Seite rauskommt. Da haben wir Blutsauger und da haben wir Angriffspunkte, wenn eine Kombo gespielt wird. Und das ist, naja, ich sag's mal so, nicht so wirklich so der Oberbringer, das Ding, ne. Gehen wir mal davon aus, so ist nicht so toll. Party Crashers. Na ja. Und dann haben wir den Heavenly Hank. Und der Heavenly Hank ist das da. Gucken wir uns jetzt auch mal an. Heavenly Hank. Hier mit einem Hank Hill. Gehen wir mal gleich runter. Können wir gleich mal maxen. Auch wieder. Ist heute der Toys Day or what. Hier auch wieder mit Spielzeugkarten. Allerdings haben sie hier wenigstens den Wireless Audio Transmitter mit dabei. Hilft auch nicht besonders viel, wenn ich mir anschaue, was da auf der rechten Seite rauskommt. Nehme ich 24-fach Angriff, 62 Leben und Schild und Cheers. Aber mit den Werten ist das wirklich der absolute Käse. Und wenn ich weiß, was bei einem Hank Hill alles für geile Kombos rauskommen können, da ist die hier. Rotz. Ja, ha, ha. Lohnt sich nicht wirklich. Das Ding ist Schrott. Jo, dann würde ich mal sagen, ich freue mich auf euch beim nächsten Video und wünsche euch Spaß. Macht's gut, bis dann und Tschüss.